Das ist Osterholz. In 500 Metern rechts abbiegen, dann rechts abbiegen. So, Osterholz, in Weichdorf und Berg, in Kruseberg. In 300 Metern rechts abbiegen, in die Dorfstraße, dann rechts abbiegen. Ja, das ist ein Schloss oder so. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ja, muss ich wohl hier rein. Jetzt rechts. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Wie schon gesehen. Hier kann man auch trainieren, wenn man jetzt straßenmäßig sich an... Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts links abbiegen. Jetzt rechts links abbiegen. Bei Niederschwein, oder? Ja, und ja, im Kauf. Er hat gesagt, ja... In Indien hat er gesagt... 600 Meter links abbiegen. Wo ist der Holz? Wo ist der Holz? Wo ist der Holz? Wo ist der Holz? Wo ist der Holz?